dann wollen wir einmal zurück zu einem portal hier vorne das und dann geht es direkt zurück zur vindica so da gehen wir dann die beiden quests ab wo ist die vindica hier so hier gehen wir jetzt die beiden quests ab die wir haben wahrscheinlich muss ich kurz mal gucken abzeichen wir können noch genug tragen heißt von dem einen kriegen wir 300 von dem anderen 200 glaube ich so hier das ist ja die glühendste ja 300 kriegen wir hier und hier bekommen wir 200 bringt es zu ende so und dann werden wir heute das hier machen große invasions punkt schicksals pass schicksals pass und werden da den weltboss machen müssen auch noch für den argus vorstoß die zwei weltquests machen und ich würde gerne noch die wie heißt ich würde gerne noch die nie machen die neue das problem ist meine spielzeit läuft jetzt in 72 minuten ab das ist etwas blöd so große invasions punkt madrone so hier außen stehen paar 1,38 milliarden leben mal bei dungeon browser gucken und da kommen neue dazu organisierte gruppe schlachtzüge die grad mal will ich nicht weltboss taschen ist das taschen zauberer so 5 sind wir jetzt große invasion go go schwierigkeitsgrad des dungeons wurde auf mythisch gesetzt wollt ihr mich verarschen mythisch oder auf normal gesetzt schon besser dann zum browser hier wollte ich doch gucken uns fehlen auf jeden fall noch tanks und heiler naja warten wir einfach mal ab in der zwischenzeit können wir ja ein bisschen unsere taschen aufräumen so da habe ich immer noch nicht geguckt was das im auktionshaus bringt so artefakt macht hau mal hier hin das kopfteil behalte ich erst mal jäger schamana ja wir haben wieder eine menge artefakt macht das hier account gebunden muss ich dann mal meine twinks schicken und hier sind gürtel gut da haben wir ein bisschen was ja das hier sind alles anhänger sachen gut ein tank ist da das ist sehr schön und wir brauchen jetzt noch heiler und dds ja kann noch im moment dauern aber dann haben wir das auch abgeschlossen und das hier können wir leider nicht hier anwenden so zwischendurch mal an der seite die gegner platt machen das ist zu weit entfernt weil wir wollen ja keine ex groß haben und ich sollte vielleicht auch shadows geben nach dem kampf stellen es gibt es mal auf schilder ich bin immer noch in freud ich habe kein ziel hier spezialisierung talente schatten aktivieren schlag zu verlassen wie wollen die denn dann angreifen hätte ich das vorher gewusst hätte ich vielleicht doch ist sie angelassen dann wäre nämlich die chance da gewesen dass ich mit hätte heilen können aber auch nicht boah scheiße also wenn dieser schön wenn dieser strahl kommt der versetzt einen in schlaf und warum zum teufel sind hier auf einmal hortler mit drin desorientiert geist freilassen ich gehe wieder auf dass sie da kann ich ein bisschen mitteilen so na ich sag mal so schwer ist der gegner jetzt gar nicht also man muss den grünen flächen ausweichen da kommen dann die kleinen raus wenn sie schlaf macht und dann dem strahl ausweichen ja und ansonsten geht es eigentlich hallo genauso nein 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 scheiße gibt es auch nicht wir können jetzt halt keinen flächen schaden machen aber das ist nicht so schlimm meiner meinung nach ja 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 schon wieder gibt es auch nicht und die kleinen wichtel dürfen einen nicht berühren ansonsten ist man nämlich schön entschlafen ist man nämlich desorientiert schön hier zwischendurch haben sie gleich geschafft und das war sehr schön bonus beute ja klar gold artefakt macht alter gehen wir doch mit auf dem senkel egal so dann haben wir das auch gemacht ja ich bin jetzt am überlegen was ich als nächstes mache entweder quests für moment erst mal gucken verlassen entweder für argus vorstoß brauchen wir noch drei stück einer wäre hier das wäre einer und hier haben wir noch irgendwo argus vorstoß quest nein 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 und das ist makarita sowieso nein 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 ach das ist doch kacke das ist doch kacke ja dann 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 für die neue quest so und zwar müssen wir nach makari und zwar hier hin das 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 wäre dann stadtzentrum stadtzentrum gut wenn wir da angekommen sind machen wir morgen weiter dann sage ich mal bis morgen tschüss da